Hallo Leute herzlichen Willkommen wieder bei Borderlands 2, habe ich ja kurz gewartet, weil ich war am essen. Jo und ja, wir fangen an, wir mussten hier ein Netzwerk drinnen. Sie haben mich rausgeschmissen, weil sie mich für einen Brenner halten. Aber du, du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Du denkst, du meinst, ich bin gefährlich? Was soll ich für Arschen? Das ist Feuerwaffe, oder? Doch, hä, wieso? Wieso verbrennt das? Also, sag mir das Scheiß, was ist das für eine Waffe? Zeitlopenvolle, weil ihr Arschgesicht habt. Ich los! Samenstreuert los! Scheiße! Das sind die Typen, die mich rausgeschmissen haben. Geht sie hoch? Männer ohne Hemden. Oh, yeah! Du hast ihn eingestuhst. Komm zurück! Nein, ich gehe schon durch. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa So. Was haben wir wieder? So gucken wir auf... Oder geht sie überhaupt hier hin? Da ist unser Outfit ich kater HAAAAAAAEEISE! Hallee! Ich bin wieder daaaahhhh! So... Danke! Ich hab deine Karte hier fertig. Keine Modifikation noch, dann bist du startklar. Juhu! Juhu! So. Ja. Jetzt kannst du dir an jedem Cat-O-Ride so einfach diesen Gefährt besorgen. Schau doch mal wieder rein. Hast du diese Kühlerhaufen-Ornamente gesehen, die die Home-Dump von dir gemacht haben? Ich glaub, die wollen sich über mich lustig machen, aber das ist keine Spisse. Kannst du einfach von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Na, das sieht doch aus wie die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Fahr damit zum Bloodshot Band und dann rufe nochmal um reinzukommen. Schau doch. Schau doch. Oh, oh. Okay. Ich hab eine Weile in Sanctuary gelebt, aber Moxie nervte pausenlos, dass ich für sie arbeiten, mich schminken und abnehmen soll. Ich hatte ihre ewige Nörgelei satt und kam her, um auf eigenem Bein zu stehen. Außerdem fürchtete ich das gut, dass ich in mich verknallt haben könnte. Was? Was? Bitte. Ein ganz kleines Bisschen. Oh. Oh. Oh, das ist ein Trickle. Oh. 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 Oh, getroffen. Ja, was ist dort? Ja. Oh, ein Treffer. Jawohl. Jetzt ziehen. Ja, ich mache einen Schoen. Ja, ich mache einen Schoen. Ja, ich mache einen Schoen. Wie ein Adler, die am nächtlichen Himmel seine Kreise zieht. Nur dass dieser Adler 300 Pfund wie Don Mörder Tessen hat. Noch ein Adan haben ja schon. Du hast genug Ornamenten. Komm und hilf mir, sie anzubringen. Was mache ich dir, Ellie? Komm, schnell. Hallo. Oh, geil. So, ich bin hier so labberling. Ich labber nicht so viel, irgendwie. Die Leute werden das beim Reisen kommen sehen und sagen, wow, das sieht keine Schamauern. Das ist mein Traum. Aha. Heiß. 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 Das, das sieht gut aus. Okay. So, wir gehen weiter. Wir machen diese andere platt. Ich glaube, bald wir sind fertig, weil langsam ist das in Level 15. Okay, Hälfte haben wir langsam durch. Hoffe ich. Weißt du, wie das wird? Scheint einer von uns zu sein, lass ihn rein. Ich versuche, inzwischen an die Öl in die Antwort zu kriegen. Hehe. Also, ein Hinterhalt. Geil. Geil. Okay. Na komm. Hallo. Diese Waffe ist schon, aber die Nerven mit den fucking Schuss, eine Ohne-Schei, sag ich euch. Für mich ist sie no-go, sag ich euch. Ne, wenn das so viel wäre, aber später würde ich diese, sagen wir mal wirklich 1000 Schein machen. Ja, die Hälfte habe ich schon gekillt. Ich muss ihn wahrscheinlich den da nehmen. Wir haben einen Eindring, schnapp ihn hier, Bad Moe! Bad Moe! Bad Moe! Die... Okay. Bad Moe! Bad Moe! Bad Moe! Bad Moe! Bad Moe! Bad Moe! Das war nicht schwer. Bad Moe! Letzten war es viel schwerer. Alter, die haben die Zwerge gekillt. Und mich hat es überhaupt nicht konzentriert, ich habe es hinter ihn geschont und abrupp geknallt. Und das war zu mir schnell.